hallo nächstes maus hallo hellas 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 so ich kann nichts mehr tragen kannst du nichts so irgendwo wollen wir auf fenster ach du hast schon dafür gesorgt dass wir auch irgendwo fenster hängen kriegen ja logisch es soll nur pro sie so pro sie visorisch sein pro wie sie die profilaktisch es soll nur profilaktisch sein machen wir nur ein halber obendrauf nach würde ich sagen ja querbalken draußen dach drauf fertig viele frohste zu holz da ist ja nicht wahr ja du und dein holz das schöne ist jetzt brauchen wir nicht mehr überlegen welchen baum wir nehmen wir können einfach drauf los hauen das stimmt das ist auch ein wesentlicher vorteil das ist echt ein riesen vorteil ich habe euch gefunden du könntest was zu essen vertragen so dann gehen wir doch mal gucken was der täuschen sagt da sind fermentiere vor der tür ok also noch ist die tür zu also wenn du willst kannst du noch moment 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 ich folge ich bin auf dem weg da ist der schwarzwald das könnte übrigens auch ein grund sein warum wir so viel besucher kriegen willst du anklopfen oder soll ich das ein fermentiere oder ist es nur ein fass das ist nur ein fass das ist nur ein fahrer 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 das sind wir jetzt mit dem weg zwei betten und eine werkbank werk holt der werkbank steht ja hier ja aber die ist nicht überdacht der ist hier drin auch im moment nicht ja keiner mal klug scheiße ja ich weiß kann ich nichts bauen habe ich kein holz habe ich eine volle tasche aber kein holz oder herrlich ist das ja ich hole mir gerade holz okay ich kann nichts mehr tragen auch kein holz ich kann nichts machen was habe ich hier eigentlich alles für mich aus den ganzen scheiß mal loswerden als erstes kochig sagt ich auch schon die ganze zeit während das kocht könntest du vielleicht schnell eine kiste da irgendwo rein stellen damit ich mal ein bisschen platz bei bekämen kann ich machen stelle ich da in die ecke kannst du mal eben das fleisch holen bevor es zu kohle wird erwarte ich gehe schon du bist durchs fenster gesprungen okay die idee bin ich nicht gekommen nein hast du übungen drin du weißt doch wieder geht nein ich weiß wie man vom dach springt das ist ein weiter unterschied es war eigentlich was im fenster als ich gesprungen was noch nein 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 warum ist das hier so schief gebaut weiß ich nicht so die kiste ist voll ne dein ernst ja die ist randen voll und wenn du reinguckst du mit scheiße im endeffekt ich hab endlich platz wie steil hättest du das dach denn gerne 26 oder 45 grad hauptsache dass ein dach drauf also ganz ehrlich das ist hauptsache dach ich glaube vielmehr müssen uns gedanken machen über den ganzen schrott lagern weil in dem fall sind wir wie messis nur weil wir keinen bock haben den scheiß wegzuschmeißen müssen wir ja auch nicht richtig siehst du ich konnte muss in der mitten querbalken drüber setzen und ansetzen sagen wir ein bisschen doof ja bin ich nein hier voll ein gräuling fehlende voraussetzung ich immer holz ja wacht so wer war ich hier rein ok ganz mit in die kiste gucken wollte ich den weg legen kann ein bisschen von meinem harz wie schön aber sonst stein hier werde ich los und knochen wie geht es dir hallo sei gegrüßt sei grüßt fremder still und heimlich kommt er hier rein ja ohne was zu sagen aua baum baum wald ich habe eine wippe ja ich habe eine wippe gebaut ja so was wollte ich tun ich wollte dach weiter bauen dach ja wie war dein tag ich habe nichts ausdauer das beschreibt also deinen tag still schweigend nix sagen ja reiß ab nix querbalken das funktioniert so das funktioniert hier sehr schön hervorragende arbeite gerade an der ganzen stream geschichte nehmen aber langsam vorma und ich suchte also ja das ist schon kein suchten mehr was wir hier machen das ist schon ach schade das ist aber das macht auch so viel spaß im moment ist der wahnsinn absolut ist ja dafür ich gestern schon gesagt habe ich habe selten ein spiel gehabt wo ich mich so sehr darauf gefreut habe und da ist jeder stream jedes let's play dann ist irgendwas passiert immer das ist halt auf jeden fall eine menge material genau er kann nicht gut ich kann hirsche abschießen die hinterm baum stehen okay das ist auch eine eigenschaft ja kann nicht jeder ähm was bist du denn weiß ich nicht ist das jetzt ein schamane ist das ist aber bist du doof greif mich doch nicht von hinten an was bist du was bist du grau zwerg level 2 ja komm mal her komm ich brauche holz echt mal wieder ich habe hier hoffen zwerge und ich habe eine skeletthöhle gefunden willst du mitkommen darf ich eben zu ende bauen dann können wir gerne in die skeletthöhle gehen also ich habe auf jeden fall du solltest einmal in die ins haus gehen und das eine bett beanspruchen damit du ein spawnpunkt hast dein bett ich habe meinst schon beansprucht hallo 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 kommt hier so ein gräuling an was kommt zum gräuling an ich dachte wir schlafen zusammen in einem bett wir haben zwei er mag welches hast du ihn beansprucht dass wenn du reinkommst quasi das hinterher ist gut ich habe es gesehen ich habe doch gesehen ich wollte eigentlich nur eine zweite kiste bauen hier oben drauf jetzt ja das ist eine tolle kiste das ist nämlich nicht natürlich wird bitteschön wenn jetzt noch einen schritt nach links geht ja kannst du noch eine setzen so mach mal da ein brett hin mach da mal ein brett hin mach da mal ein brett hin wunderbar sehr schön ein bisschen holz pack ich da rein das harz pack ich da rein das hirschfell die trophäe ich packe da alles rein im moment alles was ich brauche sortieren müssen nachher erstmal feuerpfeiler ja die grauzwergen augenpacken müssen wir nachher machen das sieht aus wie so eine alte baracke aussehen es ist sehr neblig hier stelle ich immer wieder fest hattest du essen auf dem ofen nein gerade nicht sicher hier liegt nämlich kohle also diesmal war ich es nicht ja mit dem stream das würde ich auch gerne mal alles in angriff nehmen einfach mal alles komplett fertig machen aber irgendwie komm ich da nie zu das ist halt der nachteil wenn du dann kinder hast so um sich das anhört irgendwo aber leider gottes ist er so der holt mit unserem boot abhauen wat ja wat das soll sich selbst eins machen echt so ne das ist halt dann kann uns das feuer schon mal nicht mehr ausgehen und wir können in ruhe schlafen ja sehr schön ja sehr schön ich liege und dann treppe muss da noch hin ach ja aber weiß was das schöne ist fällt mir gerade ein dadurch dass ich ja gerade die skelett hülle gefunden habe kriegen wir auch von kernen das heißt wir können auf jeden Fall ein portal bauen wenn wir genug doch von den dingern haben von joo und wir haben ja schon ein portal bei uns stehen das ist das schöne wir haben jetzt so geschlafen dass wir in der nacht wieder aufwachen das passt mir nicht das gefällt mir nicht wobei ich schon da gerade tag irgendwas 83 oder so ja tag 83 komm wir gehen skelette suchen komm komm du kannst einem auch gar keine ruhe hier nein wer rastet der rostet so mach ich aber wenigstens noch die tür zu bin ich ja froh dass ich noch nicht reingelaufen bin so äh wo bist denn du da ja du wirst gerade genau sag mal äh ist der stell dich doch hinten an oh hier ist der eingang ja stein ernsthaft oh fackel das könnte knapp werden egal rein in die holger rein in die holger sieben nein acht verdammt egal du hast licht ich habe schild ich nehme an wir gehen in die richtung ja ok tür ist zu füllst du nehmen wir mit ich gehe vor tür ist auf so spawnpunkt ist frei so link gerne sind gefunden oh und da ist schon wieder ein beschwörungsdings bums den haben wir doch schon ja ist noch einer guck mal auf die karte jetzt haben wir zwei ach du scheiße ja herrlich ja herrlich ja herrlich ist ja geil das ist ja wiederum cool so so linkern wie viel haben wir jetzt gekriegt zwei also wir könnten ein portal tatsächlich hier hinbauen ich habe auch noch einen ja perfekt dann gehen wir doch mal weiter oder da hinten war nichts mehr was haben wir hier da ist der eingang da ist der nächste weg gehen wir da lang da lang da lang da ist ein sudlingkern hier ist nichts richtig ne hello klopf klopf hier ist ganz schön dunkel komm machen wir doch mal die Fackel an komm erstmal hier ja oh guck mal hier kiste gold federn läuft hallo hallo wie geht es euch denn bernsteinperlen hast du noch platz ja ich würde sagen erstmal die tür da ne ja da ist nur ein pilz da oben ok dann gehen wir in die andere tür und noch so ein dinge ja schön hier wird doch nicht geschossen ich nehme die rubine holz raus hast du gold in der tasche ja rubine ja bernstein ja dachte ich mich dann alles drin ich lege noch meinen schrott nicht ich brauche lege ich mit dazu ok die pfeile nehme ich das nehme ich das eine holz nehme ich das nehme ich nehme ich die kohle ist mir egal so so die perlen hast du auch genommen ok ja hab ich hab ich dann war das fleißig pilze dann haben wir hier rechts rum glaube ich nochmal da ist auch nichts mehr da ist auch nichts mehr da kannst du alles mitnehmen das ist für dich ach der läuft einfach weiter ich glaube ja nicht ja die war jetzt aber easy doch nicht was haben wir denn hier das nehme ich mal äh 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 das nehme ich das nehme ich auch meine fackel ist kaputt und ende ich müsste mal was essen hier ne brauchst du essen? ne geht noch ne du sagst das alles für mich ne ist ok so wird den kern so wird den kern noch ein wegweiser ich hab kein geist gehabt ein greis? einen geist einen geist einen geist ja greis fängt auch mit g an so ok da waren wir warte mal lass mich doch mal eben gucken soweit kann der uralte ja dann nicht mehr sein oder? mit haben wir hier die ist auch leer da ist keine tür ok so langsam verlaufe ich mich hier drin äh äh auch hier ist der ausgang ok 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 warte mal wir sind doch durch das ding da durchgegangen und da wieder rausgekommen dann sind wir einmal rum wie viel kerne hast du jetzt? fünf ich hab einen cool dann haben wir sechs stück gekriegt sind wir jetzt einfach komplett durch? ja weil hier waren wir hier waren wir hä? äh ich habe das gefühl dass wir eine tür irgendwo übersehen haben ähm hier ist keine mehr da geht auch nur hoch ja und da kommen sie wieder auf der anderen seite raus wenn ich hier lang gehst ne haben wir alles also ich geh raus also ich geh raus warte doch auf mich ich hab doch gar kein licht ich doch ich auch nicht mehr ich bin dem licht gefolgt achso du sollst dem licht doch nicht folgen das ist doch aber das passt wunderbar ne weil sind wir drüber ja perfekt dann äh bis zum nächsten Mal tschüss tschüss wir gehen Untertitelung des ZDF, 2020